Heute Abend ist wieder so ein Event, so ein Event, bei dem man jeden schon kennt. Man weiß zwar nicht genau, worum es heut geht, doch die Hauptsache ist, dass man sich wieder mal sieht. Da ist man drinnen und wird schon gepickt, die Damen sind wie immer sehr überschwenkt. Die meisten Herren haben schon einen Sitz und lachen äußerst laut, statt zu sehr schmutzigen Bussi, 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 alles für die Kamera, kaum blitzt irgendetwas, er blitzt rechts an, mal alle Haaren. Bussi, Bussi, man brustet so gut, schnallt sich an, auch wenn man sich nicht riechen kann. Im Hintergrund hört man ein äußerst mageres Stream, der Singer knöbel und jemmerlich, er losholt in mir. Dann hört man den Benzin ins Mikrofon etwas Lall, es war wieder sehr schön, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Liederkongrenamt von einem Haubenkopf, das war nicht neuer, weil der Koch ist zerflucht. In den Champagnerkübel wirft man dann etwas ein, man spendet immer gerne für die Arme Dingerlein. Bussi, Bussi, und alles für die Kamera, kaum blitzt irgendetwas, er blitzt rechts an, mal alle Haaren. Bussi, Bussi, man brustet so gut, schnallt sich an, auch wenn man sich nicht riechen kann. Fippernküsse schmecken so süß, man fragt sich wirklich, was noch giftiger ist. Und gibt es keinen Unfrieden, da dann wird er heut gestiftet. Du schaust aber gut aus, etwa bist du geliefert jetzt. Bussi, Bussi, alles für die Kamera, kaum blitzt irgendetwas, er blitzt rechts an, mal alle Haaren. Bussi, Bussi, man brustet so gut, schnallt sich an, auch wenn man sich nicht riechen kann. Bussi, Bussi, alles für die Kamera, kaum blitzt irgendetwas, er blitzt rechts an, mal alle Haaren. Bussi, Bussi, man brustet so gut, schnallt sich an, auch wenn man sich nicht riechen kann. Bussi, man brustet so gut, schnallt sich an, auch wenn man sich nicht riechen kann.